Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mal die Begrüßung aus dem Auto. Und zwar bin ich jetzt gerade ans Krankenhaus gefahren. Wir werden gleich reingehen, zusammen mit dem Gianluca, der hier neben mir sitzt. Den zeige ich euch jetzt mal nicht. Wir klären nämlich jetzt erstmal ab, was da los ist. Der Liam ist auch dabei. Der ist eingeschlafen, super. Und ich habe keinen Kinderwagen dabei, also werde ich ihn tragen. Wie eigentlich immer. Also ich trage ihn ja den ganzen Tag rum. Dazu kommen wir heute auch im Video. Mein Mann, der ist mit dem Lissandro heute Morgen zu einem Tischtennis-Turnier gefahren. 300 Kilometer entfernt. Um halb sechs sind sie los. Ich wollte eigentlich mitfahren, aber das wäre für den Liam definitiv ein wenig zu viel geworden. Denn gestern war ja Liams Taufe. Deshalb habe ich übrigens auch keinen Kinderwagen dabei, weil der Kofferraum noch komplett voll ist. Falls ihr euch da jetzt gewundert habt. Jedenfalls bin ich deshalb nicht mitgefahren. Lissandro ist schon total weit gekommen. Mein Mann datet mich ab quasi. Sagt man das so. Naja, also er gibt mir halt Infos, wie weit der Lissandro gekommen ist. Und jetzt muss ich aber wirklich dringend ins Krankenhaus. Ich nehme euch eine Runde mit. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Bei uns wird's halt nie langweilig, ne? Oh mein Gott, ist das kalt. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt warten müssen. Heute ist nämlich Sonntag. Oh Mann. Ja, wie gesagt, bei uns wird's nicht langweilig. Und der kleine Liam, der ist ganz schön schwer. Aber ich beschwere mich nicht. Alles gut. Ich bekomme Muskeln. Ich bin Hulk. Wir sind wieder zu Hause. Ich musste Gott sei Dank nicht so lange mit Gianluca warten im Krankenhaus. Aber er hat uns jetzt dazu geraten, dass er morgen nicht mit ins Schullandheim fährt. Leute, was ich dann los. Gesundheit. Gesundheit, Alter. Ja, ich erkläre euch dann, was er gesagt hat, beziehungsweise was er denkt, was er hat. Also ganz komisch war der irgendwie. Sorry, wenn ich das jetzt mal so sage. Der war auch total grob. Und ja, konnte mir jetzt gar nicht zu 100% sagen, was er hat. Ich koche jetzt erstmal sich ziemlich um, koche und dann hole ich euch am besten nochmal dazu. Ich werde morgen natürlich definitiv nochmal zum Hausarzt gehen mit Gianluca und dann, ja, werden wir sehen, was die sagt. Das ist eine Frau. Hier ist übrigens noch ein bisschen was von der Taufer. Also das heißt ein bisschen, ich habe das jetzt mal hochgetragen, damit mein Kofferraum wieder Platz hat für den Kinderwagen. Der Liam, der ist unter seinem Spielbogen, das ist total süß. Greift jetzt schon danach. Ich hatte die Spielfiguren etwas höher gesetzt und jetzt habe ich sie ein bisschen mehr nach unten und das ist so süß. Ich zeige es euch gleich mal. Ja, und wie gesagt, ich ziehe mich jetzt oben, koche und dann sehen wir uns nochmal. Aber jetzt zeige ich euch erstmal noch den Liam, wie er spielt. Ist das so süß? Süße. Er schafft es schon. Das schafft er schon. Lecker war es. Jetzt räume ich gerade die ganzen Sachen hier weg. Wollte es euch nochmal ganz kurz zeigen. Das Band hier, das kennt ihr bestimmt noch von Liams Babyparty. Das habe ich einfach nur so eingerollt. Die Vasen, die hatte ich auch noch von Liams Babyparty. So wie auch diese hier. Und ich habe die Blumen in einem Blumenladen so anfertigen lassen. Ich liebe Ranunkeln, das wisst ihr bestimmt. Die waren leider gar nicht so günstig. Es gibt nämlich jetzt leider gar keine Ranunkeln mehr. Das waren so mit die letzten. Und da war ich auch ganz froh, dass ich noch welche ergattern konnte. Also so sah das aus. Dann hatte ich noch das. Und die hier, die hatte ich ja auch selbst gebastelt. Die kennt ihr bestimmt auch noch von Liams Babyparty. Vier Stück habe ich davon. Und ich fand die auch ganz passend jetzt eben für die Taufe. Und wie gesagt, das Ganze verräume ich jetzt einfach mal. Hier auch noch mein Kleid. Hier ist noch der Anzug von meinem Mann. Also hier gibt es gerade noch einiges zu tun. Und dann hole ich euch nochmal dazu. Und der Bobby meldet sich auch gerade. Der hat sich nämlich verheddert. Jawohl, da hängt das Hemd von meinem Mann. Ja, Bobby ist gut. Ach, Bonny. Der Max hat einen Plan. Keine Ahnung welchen. Meine Wäsche hat er auch hier reingebracht. Na toll. Hallo, hallo ihr Lieben. Neuer Tag, neues Glück. Ich habe mich jetzt gestern gar nicht mehr bei euch gemeldet. Sorry dafür, aber es war da noch einiges los. Mein Mann ist zurückgekommen vom Turnier zusammen mit dem Lissandro. Die hatten mir einiges zu erzählen. Das war ja ultra weit weg. Also 600 Kilometer sind sie gefahren. Was dabei rausgekommen ist, erzähle ich euch gleich. Jedenfalls war ich jetzt heute Morgen zusammen mit dem Gianluca bei unserer Hausärztin. Gestern bei dem Arzt. Also im Krankenhaus war das alles irgendwie ganz komisch. Der wusste selbst nicht, was der Gianluca hat. Dann hat er immer zu mir gesagt, ja wissen Sie, wie ich meine? Dabei wusste er selbst nicht, was er meint. Also das war ein bisschen komisch. Deshalb habe ich es heute Morgen nochmal abchecken lassen. Heute wäre der Gianluca ja eigentlich ins Schulandheim gefahren. Aber das haben wir jetzt abgesagt, weil es eben ansteckend ist, was er hat. Und das möchte ich natürlich nicht. Außerdem fühlt er sich nicht gut. Was aber super schade ist, dass er nicht mitgefahren ist nach München, weil er sich halt schon super doll drauf gefreut hat. Also das ganze Jahr über. Wie das halt so ist bei Kindern. Es ist halt eine neue Erfahrung. Und ich hätte es ihm wirklich von Herzen gegönnt. Er ist auch echt enttäuscht. Und alle Kinder snappen im Moment und schicken ihm Bilder. Und wenn er das natürlich sieht, ist er halt traurig. Aber man kann es jetzt nicht ändern. Also es ist halt ultra wichtig, dass er sich jetzt ausruht, dass er wieder gesund wird und sich kuriert. Ich werde mir jetzt auch gleich noch einen Tee machen. Muss noch bei der Krankenkasse anrufen, weil ich fragen möchte, ob das jetzt versicherungstechnisch dann so läuft, dass ich das Geld zurückbekomme für dieses Schulandheim. Ich weiß es nicht. Also Reiserücktritt hatten wir jetzt in dem Sinn ja nicht abgeschlossen. Also ich muss mal gucken, weil es jetzt auch nicht gerade günstig war. Und ja, also soviel erstmal dazu. Dann schläft jetzt der kleine Schatz hier in der Federwippe, also der Liam. Ich nutze jetzt noch die Zeit und verräume einiges. Muss ich noch zu der Konditorin, die uns den Kuchen gebacken hat, für Liams Taufe. Da ist eben noch der Teller. Den bringe ich ihr vorbei. Ich zahle noch meine Rechnung. Dann habe ich da noch einen Boxbeutel stehen. Und noch ein Umschlag für die Kirche. Der Boxbeutel geht an den Diakon, der sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben hat. Der war so, so lieb, auch beim Taufgespräch. Zwei Stunden war er hier und wir haben alles besprochen. Die Messe war so, so schön. Also das hat er ganz, ganz toll gemacht. Und deshalb habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zu Lissandros Turnier. Also ich bin super, super stolz. Wie jede Mama natürlich auf ihre Kinder, gar keine Frage. Er hat sich wirklich so, so toll geschlagen und war so tapfer. Mein Mann, der hat mir immer Bilder geschickt. Das war halt total blöd, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber ich habe es euch gesagt, wir sind ja morgens um halb sechs schon losgefahren. Und das wäre definitiv zu viel geworden für den Liam. Und der Lissandro und jetzt Achtung, hat sich qualifiziert. Und zwar ist er in ganz Bayern. Acht Beste in ganz Bayern, was Tierständis betrifft. Und ihr merkt schon, ich bin schon wieder total aufgeregt. Ja, es tut mir auch echt voll leid. Aber jede, jede Mama kann das definitiv verstehen. Hier sind die beiden letzten Pokale. Das eine Turnier, hatte ich euch auch erzählt. Da hat er sich ja qualifiziert für das Turnier, zu dem sie eben gestern gefahren sind. Deshalb konnte er da teilnehmen. Und ich sage es immer wieder zu meinen Kindern. Der Fleiß zahlt sich aus, wenn man eben dran bleibt und übt. Übung macht den Meister. Und dann kommt man eben auch weiter. Und da bin ich eben ganz, ganz stolz. Ja, ansonsten mache ich jetzt hier mal weiter und hole euch später nochmal dazu. Ich muss noch zu dm Bilder ausdrucken. Und zwar für Gianlucas Jahresprojekt. Also da hat er sich einiges vorgenommen. Deshalb steht hier auch das Paketchen. Und zwar sind Rollen angekommen. Die braucht er für sein Jahresprojekt. Also die Garage ist komplett belagert. Das sieht echt aus. Da passt auch kein Auto rein, weil das Chaos ausgebrochen ist. Wer mir auf Instagram folgt, hat es auch schon mitbekommen. Aber ich habe es noch nicht verraten, was das Jahresprojekt ist. Aber er fühlt sich jetzt heute nicht so gut, dass er da weitermacht. Also er hat da wirklich noch einiges zu tun. Aber ich muss zu dm und ein paar Bilder ausdrucken, weil er dazu auch eine Mappe machen muss. Beim jeweiligen Arbeitsschritt habe ich ihn fotografiert. Und das werden wir dann auch einkleben und eine schöne Mappe machen. Also ich bin gespannt, wie da die Benutung dann aussehen wird. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Der Max ist ja sein Mentor. Der ist da auch voll mit dabei. Ich kann euch mal den Plan zeigen, den der Max gemacht hat. Und zwar eine grobe Skizze. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, das ist die Skizze, die dafür vorbereitet wurde. Und ja, wie gesagt, dafür muss ich jetzt noch zu dm und erledige das für den Gianluca. Weil der sich jetzt noch so ein bisschen ausruht und den Tee noch von mir bekommt. Und ja, ganz schön viel gequatscht jetzt, ne? Sorry dafür, aber jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Jetzt habe ich euch, glaube ich, gar nicht gesagt, was der Gianluca hat, oder? Also, er hatte hier am Kinn eine ganz, ganz große Entzündung. Und am Wochenende meinte meine Schwester eben zu mir, es sei Herpes. Man soll da aufpassen, das ist sehr ansteckend und halt gefährlich, ne? Dass man das überträgt und dass es schmerzhaft ist, gerade für den Liam. Und das wurde immer größer. Ich selbst hatte noch nie Herpes. Ich kenne das nur am Mund. Zwei meiner Kinder hatten das auch schon öfter. Mein Mann bekommt auch öfters mal Herpes. Aber wie gesagt, toi, 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 klopfen wir auf Holz. Ich hatte das noch nie. Aber dadurch, dass es dann so schlimm wurde und ich dann eben auch dachte, okay, wenn das ansteckend ist, kann er auf gar keinen Fall mit in Schuland heilen. Zumal das auch, ja, wirklich großflächig ist. Und wir wissen ja alle, wie Kinder untereinander sind, ne? Die hänseln sich dann, das wollte ich natürlich auch nicht. Jedenfalls hat die Ärztin jetzt gesagt, es sei kein Herpes. Aber es ist tatsächlich ansteckend. Und deshalb durfte er jetzt eben nicht mit. Er hat jetzt Antibiotikum bekommen und ist halt sehr geschwächt. Und deshalb war es eben die richtige Entscheidung, ihn nicht mitzuschicken. Und er hat jetzt hier auch ein Pflaster drauf, ne? Wenn er rausgeht, ich muss da eine Creme drauf machen. Und ja, jetzt hoffe ich halt, dass es ganz schnell verheilt und dass er dann eben wieder in die Schule gehen kann. Am Donnerstag, denke ich. Also die sind auch nur bis Donnerstag unterwegs, seine Klasse. Und bis dahin dürfte er wieder gesund sein. Ja, also gut. Dann gehe ich jetzt zu DM und erledige das mit den Bildern. Und dann sehen wir uns später wieder. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht, ne? Und der Liam, der schläft noch. Jawohl. Seine Federwippe. Also erledige ich jetzt hier noch ein bisschen was und dann gehe ich los. Ne? Ich möchte ihn nämlich jetzt nicht rausreißen aus der Federwippe. Also, wir sehen uns später. See you later, alligator. Bis dann. So, jetzt gönne ich mir noch ein Stück Tauftorte und einen Tee. Das habe ich mitgenommen bei DM für mein Frühstück. Hatte ich euch in meiner Morgenroutine gezeigt. Und ja, so ein Teilchen hier halt für die Spüle. Okay, also. Mh, schau mal rein, ne? Wisst ihr Bescheid? War so lecker, dieser Kuchen. Oh mein Gott. Mh. Da bin ich wieder. Alles erledigt in der Stadt. Bilder sind ausgedruckt. Mal schauen, wann der Gianluca mit seiner Mappe startet. Ich war gerade unten, habe noch eine Waschmaschine eingeschaltet. Gefühlt läuft die Tag und Nacht bei uns. Ich wollte euch jetzt aber noch ganz kurz von einer richtig coolen Sache berichten. Gehen wir mal kurz hier rüber. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, diesen wunderschönen Koffer von Samsonite, der natürlich nagelneu ist, zu gewinnen. Der ist prall gefüllt mit Freiölprodukten. Und zwar hatte ich euch davon schon auf Instagram erzählt. Und ich freue mich riesig, wirklich, dass ich die Möglichkeit habe, sowas Tolles an euch zu verlosen. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich möchte es nur ganz kurz anmerken. Aber ich finde es einfach total klasse. Und wenn ihr gewinnen möchtet, dann schaut einfach mal unten in die Infobox. Ich verlinke euch da meine Morgenroutine. Da kommentiert ihr einfach. Und ihr könnt so oft kommentieren, wie ihr möchtet. Umso öfters ihr kommentiert, umso besser ist natürlich die Chance. Beziehungsweise so erhöht ihr natürlich die Möglichkeit, diesen tollen Preis hier zu gewinnen. Ich freue mich da echt total. Und davon wollte ich euch jetzt ganz kurz erzählen. Ich muss jetzt nochmal hoch ins Büro ein bisschen was arbeiten. Und deshalb würde ich sagen, hole ich euch später einfach nochmal dazu. So, wir haben es jetzt mittlerweile schon halb acht. Und der Gianluca, der macht jetzt hier gerade ein bisschen noch was an seinem Projekt weiter. Ich habe jetzt gesagt, er soll lieber aufhören, weil es ihm noch nicht wirklich viel besser geht. Aber er ist ganz, ganz tapfer und zieht es durch. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was es wird. Sieht man mit diesen ganzen Paletten hier. Ich mache euch dazu noch ein separates Video. Aber er hat sich wirklich einiges vorgenommen und ist ganz, ganz fleißig. Der Liam ist natürlich hier wieder auf dem Arm. Dazu wollte ich euch ja auch noch was sagen. Und unsere Garage sieht echt schlimm aus. Also das Chaos schlechthin. Aber das Jahresprojekt ist bald zu Ende. Also bald ist Abgabe. Und ja, dann können wir hier auch wieder alles aufräumen. Klappt das bei dir, Gianluca? Ja. Okay. Mach es dann aber so langsam mal Schluss, ne? Ja. Zwei Stück hast du gemacht, oder? Ja, glaube ich so. Ja, okay. Das reicht dann. Gehst dann lieber wieder hoch. Was denn? Was ist da los? Was ist da los in der Hose? So, meine Lieben, ich wollte mich ja nochmal ganz kurz bei euch melden. Wollte euch ja eigentlich noch was zum Thema Baby tragen sagen. Aber ich glaube, das Video ist schon relativ lang geworden. Und da würde ich jetzt ein bisschen ausholen, wenn ich dazu meine Gedanken mit euch teile und euch erzähle, was ich darüber denke, lasst mich jetzt erstmal wissen, ob es für euch besser ist, wenn ich lange Videos online stelle oder eher kürzere. Also so bis 15 Minuten, sage ich mal. Oder dann doch etwas längere. Etwas längere stelle ich dann doch ganz gerne am Wochenende online. Da wird jetzt auch bald ein Marie Kondo Video kommen. Ja, ich sage jetzt erstmal nichts dazu. Also, ja, da habe ich so meine eigene Meinung über Marie Kondo. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Das Video ist jedenfalls dann etwas länger. Und das werde ich dann wahrscheinlich am Samstag oder am Sonntag online stellen. Hinterlasst mir da sehr, sehr gerne euer Feedback, weil ihr ja die Zuschauer seid. Und mir das dann schon weiter hilft, wenn ihr mir sagt, was euch lieber ist. Zum Thema Tragen ganz, ganz kurz. Ich trage den Lieben tatsächlich sehr, sehr viel. Immer, wenn ich mit meiner Mama telefoniere, machen wir das ja per WhatsApp. Und sie sieht uns und dann geht es immer so, Madonna, sempre im Braccio, lo tieni, hast du, Bambino. Also, ja, dass ich ihn halt immer auf dem Arm habe und immer rum trage. Aber da habe ich meine eigene Meinung dazu. Wie gesagt, es klappt ja trotzdem hier alles. Es ist halt natürlich anstrengend. Ich habe Rückenschmerzen, aber ich beschwere mich nie, weil ich es mir ja selbst so aussuche. Also, ich könnte ihn schon öfters mal ablegen mit Sicherheit. Das mache ich natürlich auch, wenn ich dusche oder, ja, wenn ich halt beide Hände brauche. Klar, beim Bügeln oder so habe ich ihn natürlich nicht auf dem Arm. Aber, ja, ich kann euch das dann alles nochmal ein bisschen besser erklären. Wenn ihr möchtet, in einem anderen Video, Gesundheit, Salute, dann kann ich nämlich auf alles nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und, ja, weil das jetzt wahrscheinlich sonst heute den Rahmen sprengt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bis hier dabei gewesen seid. Ich freue mich über euer Abo, das natürlich kostenlos ist. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Ne? Denkt an das Gewinnspiel. Dazu schreibe ich euch alles unten in die Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! War das wieder ein langes Video? Hast du Stinkefüße? Hast du Stinkefüße? Zeig mal. Nein, hast du natürlich nicht. Du hast doch keine Stinkefüße.